Also, dann musst du doch nicht alle aufhören. Kann ich mal Schluss machen, mein Sohn? Ich ruf dich dann über an. Spinnst du? Du kannst doch nicht einfach die Flaschen runterwerfen. Was soll denn der Scheiß? Ich hab's nicht mit Absicht gemacht. Das ist doch nicht so ein Quatsch! Hältst du mich für blöde, oder was? Du gehst jetzt bitte sofort in dein Zimmer. Sofort! Ich würd' dich heute nicht mehr sehen den ganzen Tag. Ab! Ab, hab ich gesagt!